Herzlich Willkommen in meiner Küche. Wir wollen ein neues Rezept mit Erdbeeren machen und zwar ist ja in der Erdbeerzeit auch immer der Rhabarber zum Essen und das harmoniert ganz wunderbar zusammen diese Säure vom Rhabarber und diese fruchtige Süße der Erdbeeren. Wir machen ein Rhabarber parfait, das heißt dieses halbgefrorene und ich werde aber nicht nur mit Sahne das ganze machen, denn sonst ist es immer gleich sehr kalorienreich, sondern wir werden das ganze auch anticken mit Gelatine. Ich habe hier vorbereitet fünf Blatt weiße Gelatine. Sie müssen immer darauf achten bei der Gelatine, dass sie im kalten Wasser eingeheicht wird. Niemals heißes Wasser nehmen. Im heißen Wasser fängt die Gelatine gleich an zu verkleistern, sie quillt ihnen nicht mehr auf und sind hinterher nicht mehr bindefähig. Auch sollten sie darauf achten, dass sie die Blätter einzeln hinein geben, denn nur so ist die Quellzeit zu halten. Das heißt, wenn sie es in einem Pack zusammen reintun würden, dann würden ihnen die fünf bis sieben Minuten Quellzeit nicht ausreichen, sondern es dauert dann viel länger bis dieser zusammengekleisterte Pack praktisch sich aufgequollen ist. Wenn sie Rezepte mit Gelatine haben, fangen sie immer an mit der Gelatine im kalten Wasser einzuweichen. Sie braucht je nach Hersteller Minimum fünf Minuten, Maximum zehn Minuten, aber wenn sie das ganz am Anfang machen, sind sie immer auf der sicheren Seite und sie können sie eigentlich nicht zu lange einweichen. Das ist eigentlich egal. Für das Rhabarberparfait brauchen wir natürlich wie der Name schon sagt Rhabarber. Ich habe hier noch Naturjoghurt, wir haben etwas Zucker dazu und später geben wir dann noch etwas geschlagene Sahne drunter, aber dazu muss natürlich die Gelatine erstmal anziehen in der Rhabarbermasse. Ja, Rhabarber ist ein Fruchtgemüse, das bei uns im Frühjahr auf dem Markt ist oder im Garten ist. Sie haben den Rotstängeligen, der ist etwas milder im Geschmack wie der Grünstängelige. Schälen müssten sie eigentlich keinen Rhabarber, aber es ist ähnlich wie beim Spargel, den wir ja auch schon hatten. Sie sehen es vielleicht, es ist ein Stängelgemüse und diese Fasern hier, die sie hier so in einem abziehen können, die sind einfach ein bisschen verholzt und es ist besser, wenn sie die abziehen. Es geht aber ganz einfach, wenn sie oben und unten abschneiden, hier mit dem Messer rangehen und dann kann man das abziehen. Man könnte jederzeit mitessen, das wäre kein Problem. Wie gesagt, der Rhabarber wird feiner, wenn sie es abziehen. Sie schneiden oben und unten ab und können das hier so abziehen und bis hier nachputzen eventuell noch, aber das ist schon gut. Es müssen nicht alles bis aufs kleinste herunten sein, aber sie sehen es wirklich, dass es faserig ist und dass man diese Fasern am besten so entfernt. Von unten her, wo er geerntet wird, ist er manchmal ein bisschen auch so schwelg und dann ist das auch gut, wenn man das mit wegbringt. Rhabarber soll auch nur bis Johanni geerntet werden, das hat er also auch mit dem Spargel gemein und zwar ist der Rhabarber ein Gewächs, das unheimlich viel Oxalsäure enthält und die Oxalsäure ist also im jungen Rhabarber nicht drinnen, wird aber im Laufe des Alters der Pflanze immer mehr, also das heißt der Frucht, die ausgetrieben ist oder der Stängel und die Oxalsäure verhindert bei uns im Körper den Kalziumeinbau. Wenn sie etwas für ihre Knochen tun wollen, dann nehmen sie den Rhabarber immer nur bis Mitte Juni, denn dann ist der Oxalsäuregehalt noch relativ gering und sie schädigen praktisch nicht die Kalziumaufnahme. Wo noch Oxalsäure drinnen ist, da sollten sie auch aufpassen, das ist im Kakao, darum ist es für Kinder immer nicht so empfehlenswert, wenn sie sehr viel Milch mit Kakao trinken, da macht man eigentlich das, was man mit der Milch Gutes tut für seine Knochen und Zähne, bringt man da wieder ein bisschen in Gefahr. Es spricht natürlich nichts dagegen, dass sie sich den Rhabarber konservieren, den kann man jetzt so küchenfertig vorbereitet in Stücke eingefrieren, sie können ihn auch erstmal schon in Stücke geschnitten auf dem Backblech vorgefrieren und dann in einen Beutel umfüllen oder in eine Box, dann können sie nämlich später, wenn sie den Kuchen nochmal backen wollen, im September oder im Dezember, wann auch immer, können sie die Stückchen einzeln nehmen und können ihn in ihren Rhabarberkuchenteig reinsetzen, meistens hat man einen Eisperrteig oder einen Rührteig und die werden dann gefroren so weiterverarbeitet und dann hängen sie eben nicht aneinander, wenn sie sie vorher schon einzeln eingefroren haben. So haben sie den Rhabarber das ganze Jahr, wenn sie ihn sehr gerne essen. Wir schneiden den jetzt in kleine Stückchen. Auf dieses Schneiden schneidet natürlich gleich die die Fasern, da habe ich den Anschnitt vergessen. Kleines bisschen Wasser mit rein dazu, nur ganz wenig, ein bisschen Zucker und dann wird er weich gedünstet, das dauert 3-4 Minuten. Nach dem Dünsten wird er püriert und dann lässt man etwas abkühlen. Sie sehen, ich habe meine Gelantine schon eingeweicht. Natürlich können sie dann auch gleich in den warmen Rhabarber die Gelantine auflösen. Dann haben sie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Aber passen sie auf, wenn die Gelantine über 70 Grad erhitzt wird, verliert sie auch ihre Bindefähigkeit. Also so heiße Flüssigkeiten immer erst etwas abkühlen lassen, bevor man die Gelantine dann drinnen auflöst. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Wasser dazu. Geben sie nur ganz wenig Wasser zu ihrem Rhabarber, gerade so, dass er am Anfang nicht anbrennt, denn er zieht sehr viel Wasser und wir wollen ja hinterher nicht den Wassergeschmack, sondern wir möchten ja wirklich reines Rhabarbermus haben, das wir dann weiterverarbeiten. Darum warten wir jetzt hier einfach ein paar Minuten, bis der Rhabarber weich gekocht ist und wir eben pürieren können. Ja, ein bisschen noch, dann können wir pürieren. Beim Kochen, wir haben jetzt aufgemacht, damit man sieht, möglichst immer den Deckel drauf lassen, denn dann laufen sie auch eine Gefahr, dass ihnen was anbrennt, sondern wenn der Deckel drauf ist, dann bleibt das Wasser im Topf. So, das Rhabarberpüree ist weich. Ich püriere es hier gleich im Topf. Und Sie sehen, wie es immer noch furchtbar dampft. Wenn Sie jetzt hier in das Kochen, der die Gelantine gleich reingeben würden, dann wäre das zu heiß und sie würde ihn nicht mehr binden. Daher fülle ich das jetzt um in der Schüssel und dann rühre ich gleich noch Joghurt drunter und dann löse ich die Gelantine drin auf und dann haben wir auch Gewähr, dass sie hinterher noch bindet. Also dieses Parfait wird jetzt dann, ja, abgefüllt und in den Gefrierschrank gestellt. Sie können das natürlich mit der Gelantinebindung auch als Creme benutzen und nicht gefrieren. Aber ich finde es im Sommer immer ganz erfrischend mit dieser Säure, wenn es dann gefroren ist. Ist ein bisschen wie Joghurteis oder Zitroneneis und ja, gibt nochmal den besonderen Kick. Und Sie können das, wenn Sie nachmittags Gäste haben, ja während des Mittagessens, oder während Sie Mittagessen kochen, nebenbei machen. Wenn das dann ein, zwei Stunden in der Gefriertruhe ist, hat es genau die richtige Konsistenz, dass es dann als halbgefrorenes mit dem Erdbeersalat angerichtet werden kann. Also hier haben wir das Rhabarberpüree. Hier habe ich mein Joghurt abgemessen. Rezept, wissen Sie ja, finden Sie wie immer auf meiner Homepage www.viertanatxmeyer.de Da werden die Rezepte regelmäßig mit den Filmen hochgeladen und dann können Sie sich das Rezept genau anschauen nochmal. Aber das waren jetzt 200 Gramm Joghurt, den ich hier mit reingebe. Und das ist, ja, der Teig ist aber nicht das ideale Mittel zum Umrühren. Es geht besser, wenn Sie einen kleinen Schneebesen nehmen. Und hier ist es jetzt so handwarm, da kann man jetzt die ausgedrückte Gelatine reingeben. Drücken Sie sie auch immer aus, dass Sie ihr Essen, dass Sie damit machen wollen, nicht verwässern und kontrollieren Sie nochmal, ob Sie auch wirklich alle Blätter draußen haben. So, rühren Sie, bis sich alles wirklich gut aufgelöst hat, bis sich alles gut verbunden hat. Und dann muss das, ja ungefähr, ja, da brauchen Sie keine Eile, das muss ungefähr eine Stunde im Kühlschrank sein und immer wieder mal gerührt werden zwischendurch, bis es so weit abgekühlt ist, dass Sie dann auch die geschlagene Sahne drunter heben können. Ich war jetzt also fast eine Stunde im Kühlschrank, bis es langsam anfängt zu steifen. Und dann habe ich hier jetzt 150 Milliliter Sahne steif geschlagen. Die gebe ich jetzt hier drunter und verrühre das Ganze mit dem Schneebesen, dass es eine gleichmäßige Masse wird. Sie tun sich leichter, wenn Sie mit dem Schneebesen hier so eher so rollende Bewegungen machen, anstatt so kreisrunde. So behalten Sie mehr von dem Schaum, von der Sahne, bleibt mehr drinnen. Sie schlagen also die Luft, die Sie vorher mühsam eingeschlagen haben, jetzt nicht durch Kreisbewegungen raus, sondern es ist eigentlich mehr ein Unterheben. Für dieses Dessert habe ich mir überlegt, man kann es in verschiedene Formen dann geben zum Durchgefrieren. Ich möchte es in kleine Trärtchen haben. Ich habe hierfür so Silikonbackformen. In die kann man es reingeben. Sie können das jetzt mit dem Löffel machen. Ich habe hier so ein ultra cooles Gerät dafür. Das habe ich auch immer, wenn ich als Ernährungsfachfrau unterwegs bin und ausportionierte Desserts brauche in den kleinen Gläschen. Da ist das für mich eine große Erleichterung und ist besser zu handhaben als oft die Einfüllhilfen. Also das kann man sich überlegen, wenn man gerne in so kleinen Gläschen was anrichtet, dass einem Dessert helfen kann. Sie können jetzt hier drauf drücken und dann kommt das Parfait unten raus. Ideal für vier Personen. Jeder zwei Parfaits auf dem Teller. So können wir es dann anrichten. Ich gebe das jetzt hier so für ein bis zwei Stunden, je nachdem wie tiefgefroren man es haben möchte, in die Gefriertruhe. Und dann wird es zusammen angerichtet mit einem Erdbeersalat. Während unser Rhabarberpaffet durchkühlt oder in der Gefriertruhe ist, wollen wir den Erdbeersalat vorbereiten. Ich habe also noch die Erdbeeren von vorhin gemaschen und vorbereitet. Ich schneide sie jetzt in Scheiben oder in kleine Würfel. Ich mag auch die kleinen Würfel ganz gern. Wenn sie da mit dem Tunnelgriff arbeiten, das heißt sie schneiden der Länge nach zwischen Daumen und Zeigefinger durch. Das Besondere ist an dem Erdbeersalat, die Erdbeeren werden jetzt mit einem eher ungewöhnlichen Gewürz, nämlich mit dem Estragon mariniert. Etwas Estragon, etwas Orangenlikör und da lässt man es durchziehen und dann richten wir es zusammen mit unserem Parfait an. Das sind 400 Gramm, dauert einen kleinen Moment. Nehmen den Estragon, einen guten Zweig Estragon, gewaschen und dann zupfen sie die Blätter von dem groben Stiel ab. Schneiden das Ganze fein. Bei den Kräutern steht oft im Rezept Kräuter hacken. Ich möchte sie bitten, versuchen sie die Kräuter immer möglichst fein zu schneiden und nicht wie wild drauf rumzuhacken. Denn durch das feine Schneiden bleibt das Aroma im Grau. Und bleibt ihnen nicht am Brett hängen. Jetzt sind die Erdbeeren geschnitten, der Estragon drauf. Jetzt geben wir zum Verfeinen noch ein bisschen Likör dazu. Ich habe jetzt einen Orangenlikör. Zwei Esslöffel gebe ich da drauf. Dann mische ich das Ganze gut. Und dann lassen wir es durchziehen. Und am Schluss wird es mit unserem Parfait angerichtet. Okay, wir schauen, ob das Parfait soweit ist. Es ist durchgefroren. Und jetzt sehen Sie auch den Vorteil von den Förmchen. Sie können es jetzt hier so auf Ihren Teller stürzen. Zwei Stück, wir wollen ja da nicht geizen damit. Und spazieren das mit unserem Erdbeersalat. Und zur Krönung setzen wir oben drauf nochmal ein bisschen frische Minze oder Zitronenmelisse. Und fertig ist unser wunderbares Sommerdessert. Der Rhabarber mit der Säure, die Erdbeeren mit dem Orangenlikör und interessanterweise mit dem Estragon. Probieren Sie das einfach mal aus. Ist ein super Kombi und vielleicht können Sie Ihre Gäste damit überraschen und erfreuen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Nachmachen und guten Appetit.